Die Top 5 Produkte für Regal für Ordner Ich habe dieses Bücherregal von Iris Oyama gekauft, um Platz in meinem kleinen Wohnzimmer zu sparen. Es hat ein modernes Design und besteht aus zwei modularen Regalen, die einfach zu montieren sind. Das Hellbraun passt perfekt zu meiner Einrichtung und die Regale bieten genügend Stauraum für meine Bücher und Dekorationen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde es auf jeden Fall empfehlen, besonders für Leute, die eine platzsparende Lösung suchen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Casaria Bücherregal. Es ist leicht aufzubauen und sehr stabil. Der Kippschutz sorgt dafür, dass es nicht umfallen kann, was besonders wichtig ist, wenn man kleine Kinder hat. Die vier Fächer bieten ausreichend Platz für meine Bücher und andere Gegenstände. Das Regal sieht sehr modern und schick aus und passt perfekt in mein Wohnzimmer. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, besonders für Leute, die ein praktisches und stilvolles Möbelstück suchen. Ich habe vor kurzem das Vassagel Bücherregal mit sechs Fächern gekauft und bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Das Regal ist einfach zu montieren und sieht mit seinem minimalistischen Design sehr schön aus. Ich benutze es hauptsächlich, um Bücher und Dekorationsgegenstände zu lagern, aber es könnte auch als Raumteiler verwendet werden. Die Größe ist perfekt für mein Wohnzimmer und das Material fühlt sich robust und hochwertig an. Ich würde dieses Bücherregal jedem empfehlen, der nach einer stilvollen und praktischen Aufbewahrungslösung sucht. Ich habe den Punkia 7 Etagen Büropapierorganizer für meinen Schreibtisch bestellt und bin sehr zufrieden damit. Er ist sehr stabil und bietet genügend Platz für meine Dokumente und Post. Die einzelnen Fächer sind groß genug für A4 Papier und können leicht geöffnet und geschlossen werden. Das Design ist auch sehr ansprechend und passt gut zu meinem Büro. Insgesamt ein tolles Produkt und ich würde es jedem empfehlen, der nach einem praktischen und gut aussehenden Dokumentenhalter sucht. Ich habe den Fritton warfaltbaren Stehsammler A4 für mein Homeoffice gekauft und bin sehr zufrieden damit. Er hat vier Fächer, die ich für die Organisation meiner Dokumente wie Zeitschriften und Rechnungen verwenden kann. Der Stehsammler ist leicht aufzubauen und zusammenklappbar, was ihn sehr praktisch für den Transport macht. Der Organizer sieht auch auf meinem Schreibtisch gut aus, da er sehr stilvoll ist. Ich kann diesen Stehsammler definitiv empfehlen, wenn Sie nach einer praktischen und stilvollen Aufbewahrung für Ihr Büro suchen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.